Herzlich willkommen zum heutigen Linux-Tipp. Im heutigen Linux-Tipp unterhalten wir uns über einen sogenannten Alias. Was genau ist ein Alias oder warum funktioniert ls so wie ls funktioniert? Ja, das sind so einige Fragen, die wir genau in dieser Session miteinander klären. Ich befinde mich in einer Terminal-Session auf meinem REL-System. Das ist eine Red Hat-basierende Distribution, allerdings die Distribution spielt gar keine Rolle. Wenn ich ls verwende, dann wird mir der Inhalt angezeigt von meinem Home-Verzeichnis. Sie sehen, pwd, das ist mein Home-Verzeichnis, slash Home, slash WayGrant. Allerdings gibt es jetzt da keinen Inhalt. Das heisst, wenn ich jetzt mkdir verwende und ich tippe einmal Demo ein und dann mkdir und dann Demo01, dann sind zwei Verzeichnisse vorhanden. Diese Verzeichnisse werden angezeigt mit einer Farbe. Ist es blau? Naja, sagen wir mal, es ist blau. Aber warum funktioniert jetzt ls genau so, dass es eben dies mit einer Farbe anzeigt? Man könnte meinen, dass es eben nicht nur der reine Befehl ls ist, sondern vielleicht eben etwas anderes. Zuerst einmal untersuchen wir mit type den Befehl ls. Ah, jetzt sehen wir es schon. Sehen Sie, ls ist alias. Das heisst also, in Tat und Wahrheit rufen wir ls, Abstand, minus minus Color gleich Auto auf. Und das sehen wir auch, wenn wir mit dem Befehl alias arbeiten. Jetzt sehen wir sämtliche Aliase, die zur Verfügung stehen, und zwar standardmässig. Sie können in Ihrem Profil weitere Aliase hinzufügen. Sie sehen auch, wenn ich zum Beispiel vi eintippe, dann wird im Hintergrund vim verwendet. Oder wenn ich jetzt eben mit ls arbeite, dann wird ls, Abstand, minus minus Color gleich Auto eingesetzt. Oder ll bedeutet ls in einem Long Listing. Das kann ich Ihnen zeigen, ll. Und schauen Sie mal, wir haben ein Long Listing, und zwar Demo und Demo 01. Das ist also ein Alias. Das heisst, Sie können einen eigenen Alias verwenden. Aber wie können wir jetzt ls aufrufen, ohne dass der Alias verwendet wird? Na ja, ganz einfach. Wir starten mit einem Backslash und dann den Befehl Backslash und dann ls. Und jetzt schauen Sie mal, keine Farbe mehr, ganz einfach nur in Weiss, Demo und Demo 01. Wie finden wir nun heraus, ob es sich um ein Verzeichnis handelt oder nicht? Weil das sind ja zwei Verzeichnisse. Wir geben an minus f. Und jetzt sehen Sie, bei den Verzeichnissen wird nun der Slash hier angezeigt. Jetzt weiss ich, dass es sich um ein Verzeichnis handelt. Das will ich Ihnen beweisen. Touch und dann sagen wir Test. Wir erstellen eine leere Datei. Wir brauchen da keine Dateiendung. Jetzt ls. Und schauen Sie mal, wir haben die Datei Test und die zwei Verzeichnisse. Und jetzt verwenden wir wieder Backslash ls-f. Und jetzt sehen wir, beim Verzeichnis folgt dann der Slash. Und bei der Datei gibt es eben keinen Slash. Wir können selbstverständlich auch eigene Alias erstellen. Aber bevor wir starten, will ich Ihnen etwas zeigen. Wir kopieren eine Datei. Und zwar aus dem Verzeichnis etc. Und die Datei heisst Hosts. Wohin kopieren wir die Datei? Direkt in mein Home-Verzeichnis. Ich drücke die Enter-Taste und das hat funktioniert. Wir sehen die Datei Hosts. So. Und wenn ich jetzt den Befehl wiederhole, dann wird die bestehende Datei einfach überschrieben. Wir wurden nicht gefragt, möchten wir die bestehende Datei überschreiben. Nein, das wurde einfach gemacht. Wenn ich jetzt allerdings cp-i verwende, dann erfolgt eine Interaktion. Schauen Sie mal. Aha, Override. Ja, möchte ich bestätigen. Mit y steht für yes. Jetzt wurde die bestehende Datei überschrieben. Jetzt können Sie für diesen Befehlsaufbau, also für diesen Befehl und für diese Option, können Sie einen eigenen Alias erstellen. Sie tippen einfach ein Alias. Dann geben Sie an den Namen von Ihrem Alias, zum Beispiel cpi. Dann gleich. Dann folgt das Hochkomma. Und dann cp, Abstand minus i. Und dann das Hochkomma. Drücke die Enter-Taste. Und jetzt haben wir unseren eigenen Alias erstellt. Und der Alias wird uns hier angezeigt. Sehen Sie? cpi. Im Hintergrund wird ausgeführt cp minus i. Jetzt können wir das Ganze wieder testen. Und zwar mit unserem Alias cpi. Slash etc. Slash hosts. Und selbstverständlich muss ich sagen, wohin soll kopiert werden? Mit dem Punkt sagen wir in das aktuelle Verzeichnis. Drücke die Enter-Taste. Und Sie sehen, wir werden jetzt gefragt, wollen wir die bestehende Datei überschreiben? Ja, das möchte ich. Wir haben nun einen eigenen Alias erstellt. Jetzt will ich Ihnen noch eine weitere Möglichkeit zeigen, wie Sie mit dem Befehl Copy arbeiten können. Wir erstellen da ebenfalls einen weiteren Alias. Also geben wir an Alias. Und jetzt sage ich cp und zwar back. Und das ist eine Funktion vom Copy-Befehl. Und zwar eine Option, die nennt sich minus minus backup minus numbered. Also cp back gleich. Und jetzt das Hochkomma. Und jetzt cp, Abstand, minus minus. Und jetzt geben wir an backup gleich. Und dann num-barred. Und wir schliessen das Ganze ab. Das müsste so passen. So, und jetzt müssen wir nämlich nicht befürchten, dass wir eine bestehende Datei überschreiben. Nein, es wird einfach das Ganze nummeriert. Das heisst, es wird die bestehende Datei nicht überschrieben, sondern es wird eine Nummer hinzugefügt und eine neue Datei angelegt. Jetzt verwenden wir cp back. Dann geben wir an slash etc. Und dann hosts. Und wir kopieren das Ganze wieder in mein Home-Verzeichnis. Repräsentiert durch den Punkt. Drücke die Enter-Taste. Wir wiederholen das Ganze. Und nochmals. Und jetzt nochmals wiederholen. Und nun verwende ich ls. Und schauen Sie mal. Wir haben hosts 1, 2, 3, 4. Weil wir eben mit minus minus backup gleich numbered gearbeitet haben. Wir haben es viermal ausgeführt. Und wir haben vier neue Dateien. So können Sie also Ihre eigenen Alias erstellen. Und mit un-alias können Sie einen Alias wieder entfernen. Zum Beispiel cpi. Und dieser Alias ist weg. Ctrl und L, um den Bildschirm inhalt aufzuräumen. Und wenn Sie wieder Alias eintippen, dann sehen Sie noch den Alias, den wir nicht entfernt haben. Und zwar diesen Alias hier. Diese Alias sind jetzt nur in dieser aktuellen Shell, in diesem Terminal, gültig oder bzw. verfügbar. Wenn Sie Ihre eigenen Alias erstellen wollen, dann müssen Sie das entsprechende Profil bearbeiten. Sie können zum Beispiel diese Datei hier entsprechend erweitern. Das will ich Ihnen schnell zeigen. Und zwar mit cat. Und dann verwenden wir Punkt Bash underscore Profile. Und Sie sehen hier Get the Aliases and Functions. Sie können hier also Ihre eigenen Alias hinzufügen. So stehen diese dann immer wieder zur Verfügung, wenn Sie beispielsweise das System neu starten. In diesem Video haben wir uns gemeinsam über die Alias unterhalten. Und dass Sie das nicht finden. Und es wird immer wieder erweitern. Und in dieser foot istounced.